die dhv news vom 11 november 2016 usa nicht nur kalifornien legalisiert cannabis deutschland mehrheit für legalisierung erreicht herzlich willkommen zur 100. folge der dhv news zu diesem jubiläum hat uns tobi ein neues studio gebaut ich hoffe das gefällt euch schreibt doch mal in die kommentare wie ihr das findet ich finde es schön aufgefrischt mir gefällt sagt eure meinung aber nicht nur tobi sondern auch die bürger der usa haben uns ein riesen geschenk zu diesem jubiläum gemacht zur 100 folge sie haben uns den größten meilenstein in der geschichte der cannabis legalisierung bisher geschenkt präsentiert wie auch immer parallel zu den präsidentschaftswahlen gab es in neun us bundesstaaten volksabstimmungen über cannabis vier davon haben über cannabis als medizin abgestimmt und die sind alle glatt durchgegangen damit hat die haben wir jetzt eine deutliche mehrheit der us-staaten regelungen für cannabis als medizin interessant zum beispiel florida in dem zusammenhang da wurde schon zum zweiten mal abgestimmt die hatten zwei jahre zuvor auch schon eine entsprechende cannabis als medizin abstimmung und die haben eine besonderheit im wahlsystem die müssen nämlich nicht nur 50 prozent bei der volksabstimmung erreichen sondern 60 und das haben sie beim letzten mal nicht geschafft sind zwischen 50 und 60 prozent gelandet auch weil ein schwer reicher casino besitzer millionen in die kampagne gegen cannabis als medizin gesteckt hat hat er diesmal wieder gemacht aber jetzt hat er es nicht mehr geschafft das zu verhindern über 70 prozent haben jetzt in florida für cannabis als medizin gestimmt und das wird wieder ein großer markt florida ist jetzt auch nicht gerade ein kleiner us-staat aber insgesamt sind es jetzt bald schon fast 30 us-staaten die das haben jetzt aber der große brecher die abstimmungen über cannabis als genussmittel die legalisierung überhaupt vollständige regulierung des marktes mit anbau eigenanbau fachgeschäften und allem drum und dran diese abstimmung gab es in fünf us-bundesstaaten nur einer davon ist gescheitert nämlich arizona durchgegangen ist die legalisierung in kalifornien in nevada in main und in massachusetts also insgesamt von neun cannabis abstimmungen sind acht durchgegangen eine super erfolgsquote und damit hat sich die zahl der us-staaten wo cannabis legal ist jetzt verdoppelt auf einschlag diese woche die müssen natürlich die regulierung jetzt noch einführen die gesetze und so weiter das dauert ein bis zwei jahre aber der beschluss ist da doppelt so viele us-staaten haben jetzt legales cannabis als genussmittel und noch viel dramatischer hat sich die zahl der menschen die in solchen staaten leben erhöht uruguay kann man auch mit rechnen die haben ja auch eine vollständige legalisierung ansonsten spielt sich das im moment noch nur in den usa ab und kalifornien ist halt so groß da wohnen alleine fast 40 millionen menschen insgesamt sind diese woche 50 millionen menschen dazugekommen die in voll legalisierten staaten leben wir haben dazu jetzt auch eine eigene seite auf der homepage des dhv ich habe das mal salopp legalisierte weltbevölkerung genannt am anfang der woche am montag waren das noch 20 millionen menschen jetzt sind 70 millionen also ein riesiger sprung und also kalifornien ist wirklich ein game changer das kann man überhaupt nicht unterschätzen nicht nur wegen der vielen einwohner der größte einwohnermäßig größte us-bundesstaat sondern auch ein wirtschaftlich wahnsinnig starker us-staat wenn kalifornien ein einzelner staat wäre und nicht an die usa angegliedert wäre wäre er alleine schon die acht größte wirtschaftsmacht der welt da da ist auch silicon valley da sitzen facebook google amazon und co also riesige unternehmen wirtschaftsstarke unternehmen wo die ganzen mitarbeiter jetzt zumindest in ihrer freizeit kiffen dürfen die filmindustrie hollywood auch in kalifornien auch da wird das wahrscheinlich das klima sehr verändern die ganze herangehensweise das öffentliche bild über cannabis über legalen konsum und so weiter das knallt wie verrückt kalifornien legalisiert cannabis ein wirklich großer meilenstein in der ganzen debatte auch für die frage wie geht es jetzt in usa weiter also diese abstimmungsnummer diese woche wird sicherlich zur beschleunigung der legalisierung in den usa beitragen nebenbei bemerkt nevada ist der staat wo las vegas liegt auch die haben legalisiert man kann also demnächst sich total stoned vor die einarmigen banditen setzen so ja ich habe drei kirchen auf dem display wie auch immer auch das die party und feierstadt las vegas hat jetzt auch bald legales cannabis in fachgeschäften jetzt stellt sich natürlich die frage die amerikaner haben nun gleichzeitig auch trump zum präsidenten gewählt und alle haben jetzt angst dass das auch auf die cannabis politik auswirkungen haben könnte bei anderen themen mögen ja die sorgen der menschen was die internationale politik der an der usa angeht durchaus berechtigt sein aber trump wird wohl die legalisierung von cannabis nicht aufhalten zumindest nicht so lange dass sich in den bundesstaaten abspielt er hat es zumindest angekündigt ebenso wie klinton da waren sie sich relativ ähnlich sie sind jetzt beide keine großartigen legalisierungsbefürworter aber die abstimmungen in den einzelnen staaten wollen sie passieren lassen gewähren lassen und so weiter das macht keinen allzu großen unterschied erst mal die frage ist nur ob trump wirklich der präsident jetzt wird der irgendwann dann auch mal das gesetz zur legalisierung in den gesamten usa unterschreiben wird da bin ich schon ein bisschen skeptisch und insgesamt drogenpolitisch unterscheiden die sich schon also wenn es um andere drogen geht da hat trump durchaus recht repressive töne angeschnitten und so ähnlich wie der mit der mauer richtung mexiko will er auch eine mauer gegen drogen bauen und nach wie vor polizei einsetzen strafen vielleicht sogar verschärfen das alles hat klinton nicht getan außerdem hat trump ein paar enge berater die sich alle als drogenpolitische hardliner darstellen seit vielen jahren auch da ist nicht so ganz klar wie sich das auswirkt aber trump wird zumindest die legalisierung jetzt in den einzelnen staaten nicht aufhalten so sagen jedenfalls alle unsere amerikanischen verbündeten abgesehen davon wenn wir noch mal zu der legalisierten weltbevölkerung kommen die nächsten abstimmungen in den usa werden jetzt eine weile auf sich warten lassen das eigentlich in der regel nur zwei jahre mit diesen großen abstimmungswellen aber kanada hat für nächstes jahr die legalisierung angekündigt und dann kommen auch gleich wieder etliche millionen menschen dazu die sich dann zur legalisierten weltbevölkerung zählen können und wir sind gespannt wo es dann sonst noch weiter geht ja so viel dazu die öffentliche meinung hat in den usa natürlich eine sehr große rolle gespielt da werden mittlerweile 60 prozent zustimmung in den ganzen usa zu einer vollständigen legalisierung gemessen umso sehr gucken wir als handverband natürlich auch auf die öffentliche meinung in deutschland und haben da schon deutlichen anstieg feststellen können in den letzten jahren von 2014 auf 2015 ist die zustimmung zur legalisierung von 30 auf 42 prozent gestiegen innerhalb von einem jahr und jetzt haben wir dieses jahr auf unserer homepage ein online tool zum ersten mal eingesetzt von einer einem neuen umfrageinstitut sie machen online umfragen repräsentativ sagen sie jedenfalls bei der berlin wahl hatten sie recht gute prognose ergebnisse erzielt und bei unserer cannabis frage siehe da das ergebnis ist zum ersten mal eine mehrheit in deutschland für die legalisierung von cannabis also nicht medizin sondern auch als genussmittel vollständige legalisierung zwar keine absolute mehrheit über 50 prozent eine hauchdünne mehrheit von 49,3 zu 47,6 prozent ob das wirklich stimmt werden wir nochmal nachprüfen lassen von infratest dimap wie die letzten beiden umfragen auch es könnte also durchaus sein dass die das bestätigen da warten wir jetzt noch drauf wir werden berichten aber ganz spannend wir werden haben zumindest können wir davon ausgehen dass jetzt auch die üblichen umfrageinstitute wieder einen anstieg an zustimmung feststellen werden so oder so wird chevy das die ehre haben zum ersten mal eine mehrheit in deutschland gemessen zu haben früher oder später werden sie damit nicht mehr alleine sein die frage ist nur ist es jetzt schon soweit oder braucht es noch ein halbes jahr Fortschritte bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin werden in der Presse vermeldet es gab ja da einiges Hickhack rot rot grün verhandelt noch wie wild über alle möglichen Themen in geheimen Runden und so weiter Koalitionsverhandlungen halt und es gab ja Spannungen in der Cannabis Frage habe ich letzte Woche schon darüber berichtet gehabt die SPD sperrt sich da wohl recht deutlich aber es gab einen Durchbruch so vermelden mehrere Medien es soll erstmal die Null-Toleranz-Politik von Henkel abgeschafft werden was sowieso verfassungsmäßig fragwürdig ist Leute mit 0,1 Gramm mit Strafen zu überziehen das wird abgeschafft im Görlitzer Park und überall wo es sonst vielleicht noch gelten könnte aber vor allen Dingen soll Berlin jetzt auch einen eigenen Anlauf nochmal machen für ein Modellprojekt zur Cannabis-Abgabe so wie Berlin Friedrichshain-Kreuzberg das schon versucht hat wie es jetzt im Moment noch Bremen, Düsseldorf und Münster versuchen und darüber beraten jetzt kommt Berlin als großer Tanker dazu nicht nur ein kleiner Stadtteil sondern die ganze Riesenstadt Berlin will jetzt auch Druck machen für so ein Modellprojekt so jedenfalls melden die Medien wir sind gespannt auf den Koalitionsvertrag wenn wir das schwarz auf weiß haben aber das wäre durchaus schon ein Erfolg für Linke und Grüne zu werten letztendlich auch für die SPD mein Gott, ihr macht das Richtige wir vermissen allerdings da in den Ansagen noch ein bisschen die Entkriminalisierung des Eigenanbaus und eine vernünftige Regelung in der Führerscheinfrage vielleicht kann man da auch nochmal mit denen reden auch ohne Koalitionsvertrag eventuell aber ein Modellprojekt wäre schon mal eine große Sache Einige Neuigkeiten zu Cannabis als Medizin habe ich noch da ist der aktuelle Newsletter der ACM Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin mal wieder eine Goldgrube schon im Vorwort geht es los da wird angekündigt es werden weitere Sorten aus Kanada importiert werden das kündigt zumindest einer der Importeure an und dieser Konkurrenzdruck der zunehmende mit verschiedenen Sorten verschiedenen Importeuren sorgt auch für Preissenkungen und es gibt jetzt wohl zumindest eine erste Apotheke die das Gramm für knapp unter 12 Euro anbietet das ist ein prima Preis der nicht mehr so weit weg ist vom Schwarzmarktpreis das ist eine sehr schöne Entwicklung vor nicht allzu langer Zeit haben wir alle noch von 25 Euro pro Gramm geredet also langsam wird das ein realistischer Preis der da auf dem Markt erzielt wird oder gezahlt werden muss dann gibt es ein Expertenpapier ein Positionspapier von Cannabis als Medizinexperten zum neuen Gesetz das ja immer noch beraten wird immer noch nicht fertig verabschiedet ist auch von der ACM gesteuert und veröffentlicht darin wird gefordert dass im neuen Gesetz berücksichtigt werden soll Arzt und Patient sollen alleine autonom darüber entscheiden ob Cannabis als Medizin eine sinnvolle Anwendung ist ob die verschrieben werden soll oder nicht und auch darüber entschieden werden soll ob jetzt der Patient ausreichend mit anderen Medikamenten austherapiert ist oder nicht und die Krankenkassen sollen regelhaft dann tatsächlich auch das Cannabis bezahlen und zwar außerhalb vom Praxisbudget das ist so eine Besonderheit die wahrscheinlich nicht jeder kennt jeder normale niedergelassene Arzt hat ein Praxisbudget für Medikamente das er nicht überschreiten darf weil die Krankenkasse sonst das Geld von ihm wiederhaben will und wenn jetzt Cannabis als Medizin was ja in vielen Fällen doch zu einigermaßen erheblichen Kosten führt in diesem Praxisbudget drin ist dann werden viele Ärzte schnell aufhören Cannabis als Medizin zu verschreiben weil es einfach in ihrem Budget nicht drin ist dafür muss eine Problemlösung her und der Aufschlag für Apotheker soll laut den Experten gedeckelt werden nicht so hoch sein damit eben die Preise am Ende in der Apotheke auch nicht wieder in den Himmel steigen wie geht es jetzt weiter mit dem Gesetz der schnellste Fall wäre tatsächlich dass es jetzt im Dezember durch den Bundestag geht dann im Februar durch den Bundesrat und dann auch schnell danach in Kraft treten würde aber weil eben noch Diskussionsbedarf da ist von verschiedenen Seiten weiß man es nicht genau es könnte sich durchaus noch verzögern aber der früheste Fall wäre eine endgültige Verabschiedung im Februar 2017 auch zu CBD gibt es ein Positionspapier auf europäischer Ebene also der einzelne Cannabis Wirkstoff Cannabidiol der auch medizinische Wirkung haben kann da wurde ja gerade in Deutschland die Verschreibungspflicht in Apotheken festgezurrt also man braucht jetzt ein Rezept vom Arzt wenn man das in der Apotheke kaufen will und dazu gibt es auf europäischer Ebene jetzt ein Positionspapier das auch der DHV mit unterschrieben hat wo eben gesagt wird also zumindest bei Produkten mit relativ geringen THC Dosierungen CBD gehalten Dosierungen muss das nicht automatisch immer gleich ein Medikament sein sondern kann auch zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel sein und so weiter und auch außerhalb von Apotheken und auch ohne Rezept verkauft werden weitere Infos dazu unter dem Video nochmal CBD zum ersten Mal zumindest zum ersten Mal bekannt geworden ist die Übernahme der Kosten für CBD durch die Krankenkasse bei einer 13-Jährigen mit Epilepsie auch wieder ein kleiner schöner Fortschritt Krankenkasse bezahlt CBD jetzt noch eine skurrile Geschichte aus Jena muss jetzt noch sein zum Abschluss es gab einen riesen Polizeieinsatz in Jena in der Nähe einer Schrottimmobilie oder naja ein relativ verfallen aussehendes Haus wo es wohl scheinbar irgendwie nach Cannabis gerochen hat Anwohner berichten zehn Mannschaftswagen sind vorgefahren das ganze Gehöft Gebäude wurde umstellt die Scheibe wurde eingeschlagen das ganze Ding durchsucht nichts gefunden und der Grund für diesen Einsatz war offenbar das bodendeckende Kraut auf dem Gelände Rosenwaldmeister Baldrian Gesicht der Besitzer der Immobilie hat jetzt auch ein Schild aufgehängt wo drauf steht dieser liebliche Cannabis Geruch entstammt keine Hanfplantage sondern dem hier bodendeckenden Rosenwaldmeister Baldrian Gesicht also in Jena macht man noch gigantische Polizeieinsätze bei seltenen Pflanzen Termine drei Stück eine in Köln Mittwoch 16. November Behandlungsperspektiven junger Cannabiskonsumenten was auch immer sich dahinter verbirgt ihr könnt die Details unter dem Video nachschauen wie immer in Göttingen Freitag 18. November verantwortungsvoller Umgang mit Cannabis die medizinische und forensische Perspektive das fängt schon um 9.30 Uhr an dann geht es morgens und nachmittags erstmal in Vorträge und Workshops rein also insbesondere Vorträge denke ich wo viele Cannabis-Warner dabei sind Thomasius und Co. Leute sozusagen ich weiß nicht ob da auch vernünftige Leute bei sind die eine objektive Sicht haben aber es wird sicherlich hart zu ertragen sein für Cannabis-Freunde an manchen Stellen abends ist aber dann oder nachmittags noch eine Podiumsdiskussion da bin ich auch dabei und werde dann mal die Sicht des DHV mit einbringen wer da Lust zu hat schau sich das an unter dem Video Anmeldung wird erbeten und in München gibt es am Sonntag den 20. November ein offizielles Treffen der DHV Ortsgruppe zum Schluss will ich nochmal ganz herzlich einen Gruß loswerden an Jonas Dietz der hier ganz lange die DHV News mit gestaltet hat der sich überhaupt dieses ganze Format überlegt hat beziehungsweise wie es aussehen soll letztendlich der den Stil der DHV News maßgeblich mit geprägt hat danke dafür Jonas du hast uns da gut angeschoben bleibt noch zu sagen abonniert diesen Kanal und ich sage immer noch auch zur hundertsten Folge ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend jetzt kommt das große Brecher Thema eigentlich müssen wir gar nichts anderes erzählen da drum herum die Abstimmung in den USA von denen wir schon seit über einem Jahr reden das ist jetzt Anfang November 2016 jetzt sollten wir das im Meer Catalog jährlich ich möchte das wenn wir schon mal ich denke das ist jetzt mal ich sehe das ist ich möchte das ein bisschen das ist das ist das ist das